Diese kleine Box hier überwacht, ob ein an diese Steckdose angeschlossener Verbraucher läuft oder nicht und schaltet dann das Blastgate an und aus. Ich zeig's euch. Ich schließe meine Maschine an diese Steckdose an. Das ist in diesem Fall mein Staubsauger. Und wenn ich den jetzt anschalte, geht das Blastgate auf. Und wenn ich ihn wieder ausschalte, dann dauert es ein paar Sekunden, damit die Absauganlage komplett wieder ausgehen kann. Und dann schaltet der Sperrschieber auch wieder zu. In dieser Kiste steckt ein Arduino Nano, den mir ChatGPT programmiert hat. Ich hab nicht eine einzige Zeile Code selber geschrieben. Und ChatGPT hat jetzt das Sprachmodell O1, was viel besser geworden ist in mathematischen und logischen Aufgaben und damit auch im Programmieren. Ich zeig's euch. Viel Spaß. So, ich geh mal davon aus, dass ich euch ChatGPT nicht weiter zeigen muss. Trotzdem ganz kurz, falls es jemand nicht kennt, das ist ein KI-Sprachassistent, den ihr im Browser benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt euch mit dem einfach via Chat unterhalten und Fragen stellen. Und ChatGPT gibt es als kostenlose Version und als Bezahlversion. Und wenn ihr die Bezahlversion habt, dann könnt ihr auch hier oben das Sprachmodell umschalten, was dahinter steht. Und da gibt es jetzt eben neu diese O1 Preview. Das heißt, wenn ihr das nachmachen wollt, was ich jetzt gleich zeige, dann braucht ihr einen Plus-Account und ihr müsst hier auf O1 Preview umschalten. Was ist an dieser O1 Preview anders? Naja, bisher war es eben so, dass die Modelle darauf trainiert waren, möglichst schnell ein Ergebnis zu liefern. Und in der O1 Preview, die wirklich deutlich langsamer ist, da kann das auch schon mal eine halbe Minute bis zu einer Antwort dauern, da denkt in Häkchen ChatGPT, bevor es eine Antwort gibt, nach. Wir probieren das mal kurz aus. Ein Paket wiegt 40 Kilogramm plus die Hälfte seines eigenen Gewichts. Also so eine typische Mathe-Text-Aufgabe, ich weiß nicht, wahrscheinlich so ungefähr siebte, achte Klasse, die geben wir da ein. Und jetzt sehen wir hier, es gibt einen Denkvorgang. Der ist jetzt hier sehr kurz und sehr wenig komplex, weil das eben auch eine sehr einfache Aufgabe ist. Jetzt sagt uns ChatGPT, okay, das Paket wiegt 80 Kilogramm und so kann man das Ganze berechnen. Man möchte nämlich häufig gerne sagen, es sind 60 Kilo, das stimmt aber nicht. So, wir haben also diesen Denkvorgang. Und dieser Denkvorgang, der ist was, was so in der Form für ChatGPT jetzt neu ist. Das sorgt aber eben dafür, dass wenn ihr komplexe Aufgaben stellt, für die eben so eine Form von logischem Denken oder logischer Analyse und auch vielleicht zerlegen in Einzelteile wichtig ist, das kann eben dieses O1-Modell viel, viel besser als bisher. So, ich mache einfach mal einen neuen Chat auf und jetzt kann ich ChatGPT einfach beschreiben oder sagen, was ich gerne machen möchte. Das habe ich mir jetzt schon mal vorbereitet. Ich kopiere das hier einmal rein. Und meine Aufgabenstellung für ChatGPT lautet jetzt, ich möchte ein pneumatisches Blasgate steuern, indem ich mit einem Arduino Nano einen ACS712-Sensor auslese. Das ist der Stromsensor, den ich benutzt habe. Ich möchte einen Schwellwert definieren können. Ist dieser überschritten, wird die an den ACS712 angeschlossene Maschine als eingeschaltet gewertet. Ist die Maschine eingeschaltet, wird ein ebenfalls an den Arduino Nano angeschlossenes Relais eingeschaltet. Wird der Schwellwert unterschritten, geht die Maschine als ausgeschaltet. Ist die Maschine ausgeschaltet, bleibt das Relais noch für eine im Code definierbare Zeit eingeschaltet. Default sollen 10 Sekunden sein, danach schaltet das Relais wieder aus. Also ich beschreibe ChatGPT einfach im Grunde die Logik meines Programmes, so gut und genau ich es eben jetzt gerade schon weiß. Wenn ich noch nicht weiß, was für einen Sensor ich benutzen kann, dann kann ich auch solche Rückfragen stellen. Mir soll es jetzt um die Programmierung selber geben. Das gebe ich ChatGPT jetzt mal als Aufgabe. Und jetzt sehen wir diesen Denkvorgang wieder. Und der dauert jetzt auch ein bisschen länger. Und wir sehen hier, dass eben schon Begriffe dadurch zeichnen, die jetzt mit dieser Programmierung zu tun haben. Und ich kann mir das auch noch im Detail anschauen. Da sehe ich jetzt also ein kleines bisschen das, was in diesem Denkvorgang passiert. Und sehe anhand dessen vielleicht auch, wenn da was passiert, was vielleicht nicht das ist, was ich möchte. Aber ich könnte mir das jetzt durchlesen. Also ich arbeite daran, eine pneumatische Blitzklappe, da hat er jetzt, na gut, Blastgate, Übersetzung ist ein bisschen komisch, macht nichts, mit einem ACS712-Sensor und einem Arduino Nano zu steuern. Wenn der Schwellwert überschritten wird, ist die Maschine aktiviert und schaltet den eingebauten Relais ein. Zonk, dann geht es nach zehn Sekunden wieder aus. So, ich merke schon, hier sind ein paar Kleinigkeiten drin, die ich vielleicht so nicht haben will. Also ich möchte natürlich, ich habe ja kein eingebautes Relais auf einem Arduino Nano. Das heißt, wir müssen gleich mal schauen, ob ein Ausgangspin definiert ist. Jetzt gucken wir mal, was der Code sagt. Ich helfe Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihres Projekts. Hier finden Sie den Sketch. Also, ich sehe hier, der Pin A0 ist der Eingangspin für den Sensor. Das Relaispin als Relaispin ist Pin 8 gesetzt, hat er also korrekt gemacht. Und so kann ich mich jetzt Stück für Stück durch meinen Code durchlesen und eben schauen, ob der Code so ist, dass er mir gefällt. Wenn ich überhaupt nicht in der Lage bin, diesen Code zu verstehen, macht das nichts. Weil ChatGPT gibt mir hier so ein paar Hinweise für den Code, wo ich also zum Beispiel den Threshold einstellen kann und auch, wie ich das Ganze anschließen muss. Also, dass ich zum Beispiel das Relais an Pin Nummer 8 anschließen muss und so weiter, ist da nochmal als Erklärung aufgeführt. Wenn ich jetzt was gar nicht verstehe, dann kann ich ChatGPT auch einfach Rückfragen stellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt fragen, was passiert, wenn während der Ausschaltverzögerung die Maschine wieder eingeschaltet wird? Jetzt muss ChatGPT wieder kurz nachdenken. Und jetzt sagt es mir hier, das ist eine gute Frage. Im aktuellen Code wird berücksichtigt, wenn die Maschine während der Ausschaltverzögerung wieder eingeschaltet wird. Maschine schaltet aus. Wenn der gemessene Strom unter den Schwellwert fällt, erkennt der Arduino, dass die Maschine ausgeschaltet wurde. Er setzt Maschine ist on auf false und startet die Verzögerungszeit, indem er Relay-Off-Time auf die aktuelle Zeit plus die Verzögerungsdauer setzt. So kann ich mich jetzt quasi mit Fragen diesem Code nähern und kann einfach versuchen, diesen Code zu verstehen. Und könnte jetzt auch Änderungen an dem Code machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte den Schwellwert gerne als Wert von 0 bis 1023 eingeben, nicht als Ampere-Wert. Und wenn ich ChatGPT das so als Arbeitsauftrag gebe, dann denkt es wieder nach und überdenkt hier den Schwellwert, genau. Und jetzt sagt es mir hier, verstanden, Sie möchten den Schwellwert gerne so eingeben, anstatt an Ampere. Ich passe den Code entsprechend an. Und dann kriege ich eben den Code wieder zurück, kann jetzt eben wieder schauen, okay, wie ist das Moment jetzt hier? Jetzt wird eben der ADC-Wert von 0 bis 1023 eingegeben und Default ist jetzt 512. Ist wahrscheinlich höher, als wir es brauchen, ist egal. So, jetzt kann ich mir weiter anschauen, was passiert hier in meinem Code. Ich sehe hier auch, dass er mir das über Serial ausgibt. Das heißt, ich kann über die Arduino IDE den gemessenen ADC-Wert auch lesen. Also wenn ich jetzt meine Maschine einmal anschließe an den Arduino, dann könnte ich eben jetzt sehen, okay, da ist der Wert vielleicht bei 100. Dann könnte ich den Schwellwert vielleicht auf 50 setzen, um einfach einen passenden Schwellwert zu haben. Und ich sehe hier auch, dass jeweils auch ausgegeben wird, was mit dem Relais passiert und so weiter. Jetzt könnte ich dem ChatGP noch sagen, einfach so als Debugging-Feature quasi, immer wenn das Relais eingeschaltet ist, soll auch die interne LED des Arduino leuchten. Ist das Relais aus, soll auch die LED nicht leuchten. So kann ich jetzt einfach ein kleines bisschen Debugging machen. Also wenn ich vielleicht noch gar kein Relais angeschlossen habe oder wenn das Relais nicht so funktioniert, wie ich es gerne möchte, aber die LED so funktioniert, wie ich es möchte, dann weiß ich, okay, das Problem wird irgendwo in meiner Verkabelung liegen. So, jetzt passt ChatGPT mir den Code wieder an und ich kriege hier einen aktualisierten Arduino-Sketch, den ich jetzt wieder kopieren kann, in die Arduino IDE nehmen kann und benutzen kann. Das Ganze funktioniert jetzt auch noch ohne Bibliotheken. Auch sowas kriegt ChatGPT hin. ChatGPT weiß also, welche Bibliotheken es gibt. Oder ich kann ChatGPT auch sagen, benutze bitte zum Beispiel zum Ansteuern eines I²C-Displays, benutze bitte diese Bibliothek dafür und dann macht ChatGPT das. Hier kriege ich jetzt unten noch weitere Erläuterungen zu den Änderungen. Also Initialisierung der internen LED. Das ist hier definiert. Einschaltende LED, wenn das Relais eingeschaltet ist. Ausschaltende LED, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Und so weiter. Und hier gibt mir jetzt ChatGPT auch wieder echt nützliche Hinweise, wenn man überhaupt keine Erfahrung mit Arduino-Programmierung hat. Also zum Beispiel sagt es hier, beobachten Sie die angezeigten Werte im seriellen Monitor, das bezieht sich auf die Arduino IDE, während die Maschine ein- und ausgeschaltet ist. Das ist genau das, was ich gerade sagte, dass ich beobachten kann, wo ist denn dieser Schwellwert gerade oder welcher Wert wird gemessen, sodass ich eben dann den Schwellwert entsprechend anpassen kann. Wenn ich das Ganze jetzt auf mein Arduino übertragen habe und ausprobiere und merke, vielleicht ist das mit dem Schwellwert so, das flattert oder der Wert schwankt vielleicht auch nach oben und unten, dann kann ich wieder zur ChatGPT gehen und das Ganze anpassen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ChatGPT mir einen Mittelwert aus 0,5 Sekunden vielleicht bilden soll von diesem gemessenen Wert. Bilde einen gleitenden Mittelwert des ADC-Wertes von jeweils 0,5 Sekunden und nutze diesen zum Abgleichen mit dem Schwellwert, um Schwankungen des Wertes auszugleichen. ChatGPT denkt wieder nach. Und hier habe ich jetzt den angepassten Code. Jetzt kann ich sehen, ich kann hier auch den Zeitraum anpassen. Den hat es mir als einstellbaren Wert einfach ausgegeben. Ich kann das Intervall zwischen den Messungen anpassen und kann jetzt wieder meinen Codename und eben abgleichen, ob das Ganze funktioniert. Wenn ich dann dazu komme, mein Projekt umzusetzen und unsicher bin, ob ich den Arduino jetzt einfach so betreibe oder ob ich da vielleicht noch ein paar Kondensatoren oder Widerstände brauche, dann kann ich auch das ChatGPT einfach fragen. Zum Beispiel, macht es Sinn, zwischen Arduino und Stromversorgung, Stromsensor oder Relais noch irgendwo Widerstände, Kondensatoren oder Ähnliches zu verbauen. Und dann zählt ChatGPT mir ganz präzise auf, was ich wo eventuell in welcher Größe einsetzen könnte und auch welche Effekte das jeweils hätte. Also für welchen Zweck ich an welcher Stelle was in diese ganze Schaltung einsetzen könnte. Jetzt muss man natürlich bei KI-generiertem Code und vor allem bei solchen Ausgaben mit Werten und sowas immer aufpassen, weil es natürlich sein kann, dass mal was nicht stimmt. Und solange wir mit einem Arduino arbeiten und im 5-Volt-Bereich ist das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann, dass uns irgendein Bauteil kaputt geht. Wirklich verletzen können wir uns an 5 Volt nicht. Insofern ist da keine Gefahr. Was anderes ist das natürlich, wenn wir zu 230 Volt kommen. Insofern, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, auch mit diesem Stromsensor, dann sind es 230 Volt im Spiel. Das solltet ihr bitte nicht per ChatGPT machen, sondern lasst euch da im Zweifelsfall von jemandem helfen, der weiß, wie das mit 230 Volt funktioniert und das entsprechend machen darf, wenn ihr das nicht selber wisst. Das nur so als Disclaimer. Bevor wir das Ganze umsetzen, kann man aber das auch noch simulieren. Zum Beispiel in Vogue. Und hier habe ich mal eine noch viel komplexere Version solch einer Steuerung in Vogue nachgebaut. Der Code, der das Ganze steuert, ist komplett von ChatGPT auch generiert. Ich habe davon nicht eine einzige Zeile selber geschrieben. Und wenn ich diese Simulation mal starte, dann sehen wir, dass hier in diesem Fall ein Arduino Mega ist ein zweizeiliges Display angeschlossen, auf dem die Zahlen 1 bis 7 stehen. 1 bis 7 stehen für die Maschinen. Und wenn hier dieser Querstrich zu sehen ist, heißt das, die Maschine, also das Blasgate ist ausgeschaltet. Und wenn ich jetzt hier mal eine Maschine anschalte, dann sehe ich hier, der Strich dreht sich in eine andere Richtung. Das heißt, da ist jetzt der Luftfluss von diesem Blasgate ist möglich. Und wenn ich das hier wieder ausmache, dann läuft hier sichtbar ein Timer runter, wie lange das Blasgate noch offen ist. Und dann ist wieder der Querstrich zu sehen als Zeichen dafür, dass das Blasgate wieder geschlossen ist. Und hier rechts seht ihr ein S. Es ist nämlich ein zusätzliches Relais angeschlossen, um einen Staubsauger tatsächlich auch ein- und auszuschalten. Die Steuerung, die wir eben gemacht haben, die öffnet ja und schließt nur das Blasgate, steuert aber nicht den Staubsauger mit an. Aber dieses Relais hier kann auch einen Staubsauger mit anschalten. Das heißt, wenn ich hier nochmal eine Maschine anschalte, dann sehe ich, es ist nicht nur die Maschine angegangen, sondern es ist auch der Staubsauger angegangen. Ich mache das nochmal aus. Dann sehe ich auch, dass hier... Achso, ich habe noch eine weitere angemacht. Das wollte ich nicht. Der muss aus und der muss aus. Genau. Dann sehe ich, hier zählen die Zeiten runter und der Staubsauger geht dann wieder aus. Ich mache es nochmal. Ich wollte nämlich eigentlich etwas anderes zeigen. Der Staubsauger hat nämlich eine eigene Verzögerung fürs Einschalten. Der geht erst zwei Sekunden später an, damit nicht Maschine und Staubsauger zeitgleich loslaufen, um Lastspitzen zu vermeiden. Und wenn ich während des Ausgehens eine andere Maschine wieder einschalte, dann bleibt der Staubsauger auch entsprechend eingeschaltet und wartet quasi darauf, dass die nächste Maschine ausgeht. Also das ist wirklich schon eine ziemlich clevere Schaltung. Ich habe hier auch noch einen Drehencoder angeschlossen. Ich kann nämlich auf diesem Display auch noch ein Menü öffnen, in dem ich Nachlaufzeiten und Schwellwerte direkt hier modifizieren kann, ohne dass ich dafür wieder in die Arduino IDE wechseln müsste und irgendwie Code anpassen müsste. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auf die Nachlaufzeiten gehen und kann sagen, ich möchte meine Nachlaufzeit gerne für Kanal 3 einstellen und dann kann ich die Zeit jetzt hier, die ist nur auf drei Sekunden gestellt, ich möchte die vielleicht gerne auf, sagen wir mal, auf neun Sekunden setzen, bestätige das, dann wird dieser Wert gespeichert, der bleibt auch erhalten, wenn der Arduino neu gestartet wird, also wenn der stromlos ist, vergisst er diese Werte nicht und wenn ich jetzt hier unseren Kanal 3 einmal anmache und wieder ausmache, dann zählt der Timer entsprechend von acht Sekunden runter. Das lasse ich einmal zu Ende laufen, dann gehe ich nochmal ins Menü rein und im Menü kann ich nämlich auch noch den Schwellwert anpassen, wenn ich hier eins nach unten wechsle, dann kann ich hier den Schwellwert einstellen, zum Beispiel für Kanal 6, und jetzt habe ich im Moment einen Schwellwert von 60, der bezieht sich wieder auf diese Skala von 0 bis 1023 und das Ganze kann ich dann entsprechend hier abändern und speichern. Also wenn ich zum Beispiel dort ein Gerät anschließe, was permanent ein kleines bisschen Last zieht, weil es ein eingebautes Display hat, ich möchte aber nicht, dass dieses Display schon die Absauganlage triggert und das Blasgate triggert, dann kann ich eben das hier rüber modifizieren und brauche gar nicht wieder in die Arduino IDE zurück wechseln. Diesen Code habe ich, wie gesagt, auch komplett mit ChatGPT generiert. Ich kopiere euch sowohl den Code für diese ganz einfache Version, die ich euch am Anfang gezeigt habe, bei mir in der Werkstatt und dieser Zwischensteckerbox, in die man den Verbraucher einfach nur einsteckt, als auch diese sehr viel komplexere Version. Ich verlinke euch beides unten in der Videobeschreibung. Einmal den Code und einmal auch den Link zu diesem Wokvi-Projekt, sodass ihr hier nachschauen könnt, wie das Ganze verkabelt werden müsste, falls ihr es nachbauen wollt. Probiert das unbedingt mal aus. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr damit selber was macht, was ihr damit gemacht habt, was ihr vielleicht vorher nicht machen konntet. Oder wenn ihr Fehler in meinem Code findet, den ChatGPT mir hier generiert habt, dann finde ich das auch total spannend. Schreibt mir das unten auch gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren mit ChatGPT. Bis nächste Woche. Ciao.